hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge mit mir zusammen mit wie sollte es auch anders sein den grandiosen herrn blaze und dem überragenden brother moon sehr schön da kommt einer angelaufen das ist der blaze wer auch sonst ist keiner da auf dem server um die uhrzeit nope hier bitteschön zwei namen ach ja das habe ich das letzte mal gemacht ich habe das schilder oben montiert und wollte ach ja mein ganzes boot geht ja verloren weil ich da oben koche die ganze zeit ich denke mir muss mein blut immerhin aber jetzt habe ich immer 8000 drin ich brauche jetzt erst mal ein bisschen level noch für meine zauber um mit buddeln hier quasi level zu kriegen der ist quasi fertig kann ich halt am hand der kann noch weitermachen so macht er nicht weiter sollte jetzt erstmal für ein bisschen fliegen reicher angriff der killer fliege eigentlich soll es um die jahreszeit doch keine mücken mehr geben oder quatsch die gibt es immer mich gerade voll an deinem gesicht vorbeigeflogen was brauchen wir hier haben wir schon 18 week essence wir brauchen hier noch ein bisschen simple catalyst und simple cat simple cat und clay clay haben wir noch wir brauchen simple cat da so da können wir auf jeden fall ein bisschen week essence herstellen und dann stellen wir noch ein paar neue simple cat lists her bleibst du vielleicht mal stehen netter wanderer dann brauchen wir noch ein bisschen glowstone und ein bisschen zucker von unten dann schnappen wir uns den nächsten das müsste dann level up sein natürlich drüber geschossen mehr zucker so breit doch nicht so rum was ist er schreit denn rum auch die wanderer die ich gerade töte ok würdest du vielleicht mal so ein bisschen dänisch was passiert hier keine kohle mehr hast du noch kohle ich habe 17 in der tasche ich habe keine kohle mehr geil und ich werde total leer gesaugt ich kann nicht so schnell blut spenden wie ich es gerne hätte Browser wird leer gesaugt ja ich brauche halt hier oben trinken da ist alles auf Blut kosten da habe ich ein paar simple catalyste oh jetzt sind schon 19 davon alter Schweder ich wollte gerade sagen wir sind schon wieder vorbeigeschossen so kriegen wir da eventuell vielleicht noch ein level zusammen ich glaube immer eher nicht der wird vor allem ein mana leer sein so damit baue ich jetzt diese kleinen week essensen jetzt baue ich das nächste das sind dann ähm die mundaner die mache ich mit redstone simple catalyst und weak redstone simple catalyst ok also ok da ist das mana leer da ist das mana leer so wollen wir von vom server fliegen was machst du vom server fliegen warum flying ist not allowed on this server red 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 redstone redstone simple catalyst simple simple und simple catalyst weak wir brauchen dann gucken wir einmal hier rein wir brauchen so was haben wir hier wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen schon mal da rein was für ein stone ball ist das egal das heißt jetzt eigentlich dass ich beim abbauen level kriegen müsste oder ich bin einmal gespannt magican rot oder gelb super für was habe ich eigentlich so viel ach ich weiß für was ich so viel wolle gesammelt habe für was denn da war ja was ähm redstone braucht ihr dafür light blue wool redstone habe ich hier was wollte ich noch ich habe schnell vergessen was ich mitbringen wollte so schnell kann es gehen was brauchen wir red 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 ok red 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 ok also ich kann keine gelbe wolle einfärben zu blauer das geht nicht dass du mir wieder schund erzählt gelbe zu blaue ja doch müsste gehen orange zu blaue auch nicht müsste gehen geht nicht müsste aber ja müsste simpel kette lässt und warum man stein wird mir auch nur weiß der wurde angezeigt im crafting feld interessant ok ah blood magic den roten kann ich den roten konnte ich nicht verwenden ne dann muss ich mir noch einen anderen herstellen ach scheiße warum habe ich eigentlich keine musik nicht ach ja musik ist auswahl weil 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 ich wollte ich sagen weil itunes nicht gestartet ich musste meinen rechner neu starten ich noch mal diesen dritten ort mit glas ne war das so der dritte der erste war mit einem tier der zweite mit einem emerald und der dritte mit einem goldblock goldblock nicht glas warum ich ein glas im kopf das war das war der dolch ach ja genau da brauche ich jetzt eigentlich noch irgendetwas um mir beim beim meinen mit zu kriegen ich kann ich nicht sagen hm ich brauche mehr regen 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 3 reicht nicht wir brauchen mehr nicht mehr brauchen mehr ja also irgendwie krieg ich da beim leveln hier beim meinen hier keine keine level zugeschrieben weil ja nicht so ne was meinst du denn ja ganz normal hier der schreit wer ja immer genau in der wird aufnahme natürlich wenn auch sonst natürlich bis gleich bis gleich gehen wollte hier wieder raus so ähm mal ne folge ohne musik ne voll komisch irgendwie irgendwie fehlt da was sondern gucken wollen wir nochmal nach hause au äh so das war hier da brauche ich hier noch was anderes night vision disarm ending rift charm ant service plant scrum das richtige normalerweise hm hm oder liegt das an der bound pickaxe wir haben doch sicherlich noch irgendwo hier was anderes aber im prinzip sollte das doch eigentlich egal sein mit welcher pickaxe dass ich das mache nehmen wir uns die mal mit nochmal einfach testen einfach testen mit das das war sie wenigstens beide gleichzeitig das ist auch schon mal gut oder dann muss ich mich noch mal hin rennen bin nur ich wieder da passiert irgendwie nix ja mein goldblock hört sich auch nicht besser hier wahrscheinlich ist es zu wenig blut gewesen das hat sich jetzt abgebrochen oder was möglich kann man das ist eigentlich egal oder eigentlich ja wir brauchen dann diese blut diese umwandlung weiß auch nicht nach wo ich jetzt auch für grad nachher dann gehen wir müssen wieder so ein bisschen level fahren wir hier oder ist er runtergefallen arme schwein so den packen wir jetzt da rein dann brauchen wir noch mehr level was was bräuchte ich hier level ich brauche blut ohne ende und mein system ist genau jetzt sind wir 6000 drin aber ich hab neun mal irgendwie neun maler balken ne umdrehen hätte ich bis jetzt hatte ich ja nicht wie wohin jetzt er das hat das vielleicht wisst ihr was wir wir holen uns jetzt die rüstung jetzt brauche ich standard bein ding mache ich aus sanctus aus wieg und aus er hat red am rad hast du obsidien noch zufällig für mich gute frage ups bist du bei dir zuhause nö ich bin bei dir drauf blut zum zum fliegen da kann ich mir gar nicht dran denken wenn ich mein ganz blut ist immer leer direkt ist doch gut halt ein dauerspender ja ich muss irgendwie das automatisieren aber ich komme einfach nicht dazu ich komme auch zu nix also jetzt sagt ihr mir kriege ich schön hier die level durchs 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 erze farmen ja scheint ja nicht so was wir jetzt willst du haben ja alles ich habe ja hier quasi in meinem in meinem ars ne kann ich ja quasi ähm in dem einen ich sag jetzt mal ähm talent table ne äh konnte ich jetzt grad dick lernen ne und das hat mir auch schon immer geschrieben dass ich dann quasi durchs abbauen oder durchs 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 ganz normale buddeln ähm level bekomme ne ich bin ja schon auf level 14 was die zauber angeht weil für jeden level den du bekommst kannst du quasi in dem talent baum weiter scale ja nur irgendwie will das äh gerade nicht keine ahnung ey musst du mir alles nachmachen gleichzeitig spenden gleichzeitig essen ist irgendwo keine ahnung ich brauche ob sie die denn kannst du mir welche so beibringen weiß ich noch nicht wofür brauchst du denn also sechs acht wo ich die noch hab oh gute frage es gäbe hier schon noch eine bound pickaxe aus aus als magica ne aber das sieht man natürlich nicht wie man die baut das ist hundertproache damit keine ahnung was ne stimmt wie auch sonst eventuell mal ich könnte mal noch was gucken gehen wir mal schnell nach hause oh mein eiersalat ist voll hm eiersalat hätte ich jetzt voll bock drauf meine maschinen die eier produziert betteln und hausieren verboten ein hütchen nach zwei sechs sein hütchen gespawnt geil ne ja lightning ah ok ich sehe schon ich sehe schon ich brauche ein neues buch ich muss ja das also klar ohne musik ne das ist so komisch aufzunehmen wieso hast du jetzt keine musik an weil itunes nicht gestartet ist und ich im vollbildmodus bin und ich nicht rausgehen kann achso das letzte mal hier Balken of doom ja 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 komm der letzte sekt auch noch da rein machen gucken wir uns mal rein gucken das sind jetzt einiges an hütchen die ich hier drin habe so dann können wir uns noch so den lassen wir mal mit danke so ein buch machen so dann kannst du mal welche hier rein dann brauchen wir noch einen knochen ich glaube das kriegen wir hin oder dann machen wir dann die mob drops zack und zack dann gucken wir mal dann können wir mal eier schmeißen mache ich gerade dann kann man eier schmeißen dann können wir eier schmeißen so das heißt ich bräuchte ja eigentlich lass mich da mal kurz gucken oh ja das sind einige das sind ja in der sparte ich bräuchte touch und dick ne ja einmal das hier und einmal hast du jetzt noch Dings ja ich bring dir gleich vorbei das ist sehr lieb von dir dann fangen wir hier mal wieder an wie bekomme ich denn das hier Sanktus Sanktus Amen ach du scheiße Glow Glow Gold Glas Simple lassen wir das schon mal rein jetzt geht das schon wieder los das Käse Zeug ach ja ich wollte ja irgendwann noch Mimichite farmen ne kann sein da war ja was was will ich jetzt gerade herstellen diese Bäume hier ne ist ja furchtbar das ist schön das sind doch nervig so ich brauche Goldnugget Glowstone Glowstone danke Goldnugget Glowstone Glowstone Glas Simple Pümpel Sanktus Browser braucht den Pümpel um die Verstopfung in der Hühnerfarm zu lösen ach da ist keine Verstopfung drin so so wir brauchen das hier Glow Nug Glow soll gesagt simple und was noch simple und nach Glas Glas also ob ich dir zuhören würde Glas und Simple Cut und was brauche ich da für einen Stein für eine Feder eine Feder eine Feder eine Feder ein Fisch wo soll ich denn jetzt ein Fisch herkriegen ich geh angeln mach das wir hätten gekocht ne Fisch so ich brauche Strings und ich brauche Sticks wo hab ich denn mal in der Dingsing getan ich hatte noch noch Placeplots ach die habe ich ja schon umgebaut Moment so ähm wie ging das ganze Ding da mal Fishing Chemie den Roten und dann alles klar den Roten Stein habe ich nur grad nicht ne da dein Gott oh mein ist doch schön oh mein ist doch toll danke was aber der will nix beißen da kann ich auch nix zu voll fies so jetzt brauche ich ähm hab jetzt verwirrt ey es verwirrt ich brauche auf jeden Fall viel zu wenig Gold haben wir denn überhaupt noch irgendwas nein so dann muss ich gleich wieder eine raus erschaffen hier ja genau er schaffte mal ich warte bis den Fischern weißt ich hab meinen Fisch wenn man hier nicht alles braucht das ist ja furcht ähm ähm okay jetzt kann ich erstmal Quarz brauche ich Quarz ich brauche Quarz irgendwo ne vielleicht komm komm geh doch rauf dachte ich mir ne er möchte da nicht hoch gehen hat er sich gedacht und dann da geht's nur ich hab keine orange Farbe nicht ne ja also ich hab jede Kackfarbe aber kein orange nur noch zufällig orange rumliegen ich guck gleich weißt du alle Farben nur kein orange weil warte mal ich könnte könnte prinzipiell vier hab ich davon das ist klar auf geht's zum serverless connect ich hab bestimmt orange aber wofür brauchst du denn unbedingt orange für die Rune wollen wir ne orange Rune herstellen äh Farben ich gucke äh ja auch einen Stry hab ich genug oder brauchst du auch einen Stry aus verschiedenen ich hab so verschiedenen äh die sind mir zu egal na wenn das so ist hab ich genug brauchst du mir und holst's ab oder was ich brauch ja ich bin schon da echt wie viel brauchst du denn die orange Farbe eins 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 sehr lächerlich hier ich hab drei sechs oder sowas boah die Hühnerfarben die würden mich ja sowas von aufregen warum ich hab auch von den meisten Farben hier genug ne aber das ist nicht die Hühnerfarben was sind unten meine anderen Hühner die extra Hühner die ich grad da habe die werde ich gleich alle schlachten die die extra chicken ja extra chicken was macht ihr alle hier draußen seid ihr dumm schaufel eine schaufel eine schaufel eine schaufel wahrscheinlich keine mehr ne meine Werkzeuge waren noch da doch wir haben noch eine schaufel die wir hier opfern können schaufel die Hühner banken hier rum gerade eine pickaxe geht die auch natürlich nicht weil ich sie einmal kurz benutzt hab pfuh oh O bis zum nächsten Mal tschêu tschw Bis zum nächsten Mal.